Und, ist er drin? Weiß ich nicht. Wieso ja? Wollen wir hier abwarten bis sie kommen? Ja, wir brauchen noch. Ich wollte sagen, wir gehen jetzt einmal rüber zur Devon Ranch. Weil wir sammeln ja gleich wieder dort. Ey, der ist hier, Alter. Der ist hier. Aber man, wir sind hier an. Echt? Bis zum nächsten Mal. Ab19. Ab20-0. Ab19. Ab19. du schaust dir cool aus ich sehe cool aus ja ach da drüben ist es auch scheiße auf dem anderen steig nichts ja hier ist ein anderer steig aber es ist gefährlich da sieht aus wie so ein so eine terrasse für reich das ist ein schlachthaus ach ich habe sogar ein messer auf Ich bin so zu rettahend, dass ich mir jetzt hier bin. Ich bin so gut, ich bin so gut. Ach so, ah du hast was zum Stechen dann, sehr schön. Ich hab noch keine gehört, er sah aber fast so aus, was war das? Ja, hat aber jetzt wirklich so ausgeschaut, was war das? Na ja. Also manchmal hörst du Geräusche, da denkst du, Alter, was war das? Ja. Weil ich springe drüber, jetzt müssen wir drüber. Das war vorhin bei mir auch. Warte mal. Ich bin so, dass es die Rinde los mit dem Hund geht. Echt? Ja. Das rumpst doch auch irgendwie hier in der Richtung. Oh, hier eine Mastenschlägerei. Und? Ist er drin? Weiß ich nicht. Ich sag ja. Da hinterhütter ist der Hinweis. Nö, ist er nicht. Ist nicht da. Wollen wir einen Hinweis holen oder nicht? Können wir machen. Oder? Oder rennen wir zur Devin Ranch? Lauf mal Devin Ranch. Wo geht es denn da so ab? Eilwasserkirche. Die haben den, glaube ich, gefunden. Kann sein. Warte mal kurz. Devin Ranch. Hört sich so an. Hier unten ist das Boot zum extrahieren. Scheiße. Das kotzt mich doch schon mal an. Wollen wir hier abwarten bis sie kommen? Ja, machen wir auch. Wir sind nicht mehr weg von der Devin Ranch. Hm. Hm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal rüber zur Devin Ranch. Weil wir sind ja gleich wieder dort. Was sagst du? Was willst du dort? Ja, mal schauen. Vielleicht kannst du da. Ach so. Weil, ich weiß nicht. Da haben wir jetzt Elixotschutz. Na gut, du weißt ja nicht. Vielleicht sind sie auch verbrannt. Vielleicht hat er sie ja klar gemacht. Man weiß es ja nicht. Oh, du hast recht. Wir können ja... Ja, ja. Ey, ey. Der ist hier, Alter. Der ist hier. Oh. Ich habe Rappen gehört. Ey, komm, wir verstecken uns und nutzen das dann aus. Hier, komm hinter. Ja. Das ist ja eine gute Idee. Wenn sie da Dynamit rein schmeißen, dann haben sie uns alle weiter. Ja, aber jetzt müssen wir wissen, dass wir los haben. Ja. Der ist doch... Na? Der ist hier drin. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die hier unseren Kopf sehen, Alter. Ich will nicht mit einem Headshot... Wenn der Ecke liegen. Dann können wir uns in den Nebengebäuden zurückziehen. Ja, los. Ich mache hier schon mal eine Tür auf. Damit wir uns nachher heranschleichen können. Mach die Tür wieder zu. Äh, zu. Ah, gut. Ist du scheiße, Hallo. Ja. So, jetzt können wir durchs Fenster gucken. Gehen wir nach oben und schauen wir, ob da irgendwo ein Zombie ist oder so. Und wenn wir es scheppern hören, können wir uns rüberschleichen. Ja. Die Tür ist aufgemacht. Da können wir uns dezent reinschleichen. Ja, hier oben ist sauber. Okay. Ne, die Zombies. Gut, komm wieder runter. Ja. Das sind nachher nicht die Treppen-Geräusche oder euch mal was hören. Ich sehe nur jetzt draußen. Warte mal. Warte mal. Oh. Ich höre einen drinnen rumrennen. Also da läuft definitiv jemand. Hm. Sind die da schon drinnen? Ne. Da läuft jemand rum, Alter. Aber ist ein Einzelner, oder? Hm. Schlägt dorthin? Will der den im Nahkampf fertig machen? Ne, das ist doch wieder rumgelaufen jetzt. Ja. Der prügelt sich doch mit dem Fettsack. Oder? Ich meine, die hätte da draußen laufen. Ja, wenn die da drüben ist und die hast dann immer so da laufen, oder? Warte, jetzt läuft irgendwas draußen am Sand. Oh, der schlechter. Der schreit immer so, Alter. Wie wenn er getroffen wurde. Wollen wir uns rüberschleichen? Oh, du hörst doch nix, dass er Brandbomben schmeißt. Das ist doch laut. Hm. Da hörst du gar nix. Tatsächlich. Alter, ich sag's doch. Bist du richtig? Der schreit dich links durchs Tor. Oh, er macht das Tor zu, Alter. Er hat das Tor zugemacht. Läufst du jetzt gar nicht? Ne. Naja, ich schleiche. Und ist er jetzt bei mir da? Scheiße. Ich sag's doch, der schlechter schreit, Alter. Der muss den... Der hat da den tot geschlagen, Alter. Aber leise ist der nicht da drin. Ne. Die steht direkt vom Tor. Sag an, wenn du es zwei machst. Ich muss erst mal hier hochkommen. Jetzt ist er bei mir. Jetzt ist er bei mir. Ist ruhig drin. Oder sind die zu zweit? Jetzt ist er bei mir. Jetzt ist er tot und still. Du bist gesprungen. Ja. Und tot und still. Gehen wir rein? Ne. Ich hab gelustet, dass ich mich über ihr Haus abkomme. Ne. Mach mal bei Tiersdor auf. Es läuft dann nämlich hier weg. Oh, ich bin so... Wollen wir ab, in der Tür. Ich höre das Ruder. Okay. Komm mal aufs Platz. Scheiße, ich habe mich mitgeblendet. Komm rein, meiner. Ich habe dich noch nie genähtet. Sind das zwei? Meine ist gut. Meine auch. Na dann, komm, hol dir deine Plakette ab. Witzig. Oh, Alter. Das war aber mit der letzten Patrone, Junge. So, los, schnell zum Boot runter. Geiles Wort etwa. Warte mal, stopp, stopp, stopp. Was? Ja, ein Sitz. Passt. Ja, ach so. Nächster. Puh. Schnell, das Boot ist unser. Mensch, lauf, wieso läuft die nicht? Läuft doch schon. Ne, ich meine mich, ich meine mich. Meine Tussi, die Waldepräume ist immer noch gekrochen. Boah, ich bin zittrig, Alter. Boah. Immer da. Ja. Boah. Boah. Geiler Schlüssel. Waren die doch zu zweit, ja? Anscheinend. Du hast den umgenietet, ja? Ja, ja. Ich hab den zwei mit hochgekommen. Oh. Ich wollte mal eine Bankkanate rüberschmeißen und schmeiß sie nicht zu mir hinter, sondern nach dem Balken über ihn. Und dann ist er mittel im Feuer drin gestanden und ich hab ihn schon zwei Meter aufgefahren. Cool. Ich hätte schwören können, dass man das einfach lauter hört, wie seine Bank. Ja, hätte ich auch gedacht, ja. Deswegen bin ich auch stutzig gewesen. Aber die hat schon, weil wir sind ja da hinter den Hohlbalken. Und dann hat die auch schon ein bisschen so rumgequetscht. Ey Scheiße, wir haben bloß einen Jäger eingekriegt. Ja, weil sie doch nur selber umbaut wird. Boah, das ist so ein Scheiß, Alter. Naja, egal. Ja, wir sind raus. Ja, mit Cola und allem von mir.